Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Das heutige Video wird unterstützt von Comfort Gaming. Das kann ja schon mal Comforten, also vorkommen. Also da ist ja etwas vorgekommen. Comfort Gaming macht so richtig bequeme Stühle. Ich sitze da jetzt schon seit ein paar Monaten drauf und der ist absolut fluffig. Und das Besondere ist, der hat eine Kühlung. Da kannst du hier links auf den Knopf drücken, hier links. Und dann werden Arsch und Rücken richtig schön gekühlt. Gerade jetzt, wo es wärmer wird, da kommt man ja beim Gaming auch mal ab und zu ins Schwitzen, nicht wahr? Ja, und der Comfort Gaming Stuhl ist jetzt gerade in der Produktion. Kann dir einen kühlen Sommer beschaffen, bin ich early. Aktuell gibt es sogar eine coole Vorbestelleraktion. Mit dem Link in der Beschreibung könnt ihr schon 100 Euro im Vorfeld sparen, wenn ihr jetzt vorbestellt. Bis zum 31. März geht das Ganze noch. Ja, und ich finde das ist eine astreine Kiste. Das Ding sieht auch schmuck aus, da kann man sich mal draufsetzen. Ich habe hier schon eine ordentliche Sitzkuhle drin. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt ab ins Video, ne? Was passiert hier? Oh mein Gott, Donnerwetter. So, ich bin wieder da. Guten Tag. Servus. Ich gebe schnell noch meine Quests ab und dann bin ich ready. Meyers Stimme ist immer wieder ein Orgasmus. Dann komm mal zusammen. Quo noch eine Kiste noch mal ein Chips lösen. Ob geht's rein, da? Good Prime ist kostenlos. Dann seht ihr auch irgendwann beim Autoscooter, muss ich sagen. Wenn das hier aufhört, dann ja. Entschuldigung. Oh, dann lass mal hier Sumpf, oder? Ab in den Süden. Der Sumpf generell sieht wild aus. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Sumpf war. Oh shit, hier ist eine richtige Meute. Oh, die zählen sogar schon zum Sumpf. Oh, Spiele von uns. Oh, was sind das für Männer? Das sind eigentlich so glänzende Männer. Ich verstehe. Smoke hat er geschmissen. Ja. Zwei, hauen ab. Einer tot. Bin tot. Arbeiten hab ich bekommen. Der hat eine Bolt Action. Na ja, den Rucksack haben wir bekommen. Die Verfahren haben wir auch bekommen. Das ging schnell, ey. Wie der sich umgedreht hat. Bei mir hat er sich so instant umgedreht. Und auf einmal gibt er mir direkt einen Headshot. Also ich muss schon sagen, das mache ich Bock jetzt hier schon, die Sachen zu farmen. Du bist noch im Raid, ne? Ja, ich bin aber fast vielleicht draußen. Also kurz vorm Exit. Neut. Ära Pfad. Wir sind in der Runde, ja. Du und ich, aber wir sind ohne dich hier. Oder waren wir nicht mehr in einer Gruppe? Selbst die bei uns davon ist, glaube ich, auch keiner glaubt. Schleichen kannst du in diesem Spiel einfach nicht. Schleichen ist noch. Doch, der ist direkt. Ich hab Stempelbinde. Hab ihn. Ich hab mies ins Gesicht geschossen, aber ich hab Stempelbinde noch mal tot. Hast du versichert? Ich hab versichert, ja. Also meine Stimpelbinde kannst du ja mitnehmen, wenn du brauchst. Ist schon smooth, so die Leiter abzuknallen, finde ich, in dem Game. Ja, läuft super, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo ist denn hier die Plattform? Ist das hier? Ja, hier wahrscheinlich. Jetzt ich mich frage, kann man auch in die Schiffe von jemand anderem rein? Ja, kannst du, ja. Ja, du kannst überall extrakten. Wenn neben dir ein Schiff da runterkommt, ist es nicht dein Extractpunkt, kannst du da trotzdem ein Extractpunkt anscheinend. Bei uns ist nämlich gestern einfach einer reingerannt kommen. So, okay. Ah, der Spawn kommt ja aber bekannt, boah. Aber wenn ich dich getroffen hab? Na gut. Ja, Creeper, ne? Noch anders. Hast du gerade einen Minecraft-Vergleich gezogen? Moving on! Bisschen hierzu. Alter, hier sind krasse, seltene Pilze gespawnt. Sind die denn so selten? Ein ist blau, ja. Ein seltener Schimmel, schimmender Pilz. Ja, den hab ich auch im Kühlschrank. Genau das meine ich mit diesen strockenen Sprüchen. Ich lieb's einfach. Ich muss hier im Sumpf noch drei diese Wubbler-Töken da hier, diese Sprinter. Wie heißen die, man? Schreiter. So, jetzt hab ich's. Schreiter. Vorne, vorne, zwei. Schau, vorne, oder? Oh, ich glaube, die fressen mich gerade auf. Ich hab ein richtiges riesiges Problem. Oh mein Gott. Jesus. Alter, ich bin auf zwei AP. Das waren aber auch einige gerade, muss ich sagen. Das ist wie bei Tarkov mit dem Scaps, Alter. Das sind die gefährlichsten Gegner einfach. Jemand hat das schon mal gesagt. Oh, Spieler vor mir. Spieler vor mir tot. Junge, der stand einfach vor mir. Ich geh schon mal weiter hier zum Wasserding. Ich folge. Das Wasserding war das, wo ich. Party war gestern, ne? Da sind noch Steine klopfen. Oh, hier wurde geschossen. Wo? Wasseraufbehaltung, oder? Nein. Hier sind noch zwei Kapseln eben runtergekommen. Moment, kurz, Telefon. Spieler vor mir. Au, ich, ich, ich. Hä, was? Wie, das bist du? Guten Tag. Okay, du wirst mir nicht als Freund angezeigt. Das ist... Aua. Du wirst mir leider nicht als Freund angezeigt. Na gut, das ist jetzt blöd. Genauso ist das gestern mit Maya auch passiert. So, hallo, grüßt ihr sie. Ah, hier ist ein Spieler. Oh, du willst, der sieht... Ist der bei dir markiert? Nee, ist er nicht, ne? Ja, Nico, du bist raus. Also... Ja, mhm. Kannst froh sein, dass ich so schlecht ziele. Auf. Ja, wo sind denn jetzt hier die Gegners? Oh, direkt vor uns hier, ne? Ich weiß halt nicht. Keine Ahnung, was die Entfernung ist. Ja. Oh, Spieler bei mir? Ja. Kannst du ihn pingen? Ja, eher pingen. Ist er hier rüber? Ja. Hat Hit. Nicht push. War nur einer, oder? Ist hier hinten jetzt, bei Ping. Ja, wir sind an Ping nicht, oder? No. Okay, der ist hinten bei dem großen Gebäude, wo du auch den Strom oben drauf machen kannst. In Overwatch. Links die Straße hoch. Hallo, friend. Are you friendly, Scaf? Oh, scheiße. Nee. Nee, der ist oben drin. Er ist mit drin? Ich komme von der Teuch. War nur Prefire. Ich bin hier auf dem Hill. Was bist du? Okay. Okay, vielleicht habe ich auch dich eben gehört. Das kann sein. Aber hier ist auf jeden Fall... Oh, nee, ist nicht... Doch, hier ist gelootet. Ich habe keine Ahnung, wo der hinten ist. Kann man hier irgendwas cooles machen? Schüsse habe ich jetzt im Westen gehört. Ja. Das ist recht nah, ne? War halt auch mal so schnell, ja. Das sind die, die versuchen hier gerade die Mops zu clearen. Okay. Ich habe ihn, war da? Warte, was bist du? Oh, Junge, man erkennt dich halt nicht. Weißt du, ich habe extra gesagt, heute keinen Tag auf. Heute keinen Tag auf, keinen Bock auf Team Kids. Da hat er dauernd eine Boltie dabei, wenn er haben möchte. Fühlt euch? Jetzt hat er mir hier meine Viecher geklaut, der kleine Dreckige. Dirtzack. So ist es. Äh, ja, weil wir wollen jetzt irgendwo... Unsere Exe sind ja komplett im Norden rum. Holy shit, Mann. Was Granaten verstecken und ein SOS-Signal finden. Schreiter bei der Grabungsstelle. Muss ich noch töten. Äh, hier ist gerade jemand vor mir weggelaufen. Aber hier in der Wasseraufbereitung ist noch jemand. Genau vor mir. Der schießt hier gerade. Ich sehe ihn nicht. Ich bin in dem Gebäude oben drin. Ah, ja? Wartet. Jetzt hinter dem Stein, wo wir eben den Shotgun-Beugel gekillt haben. Und ihr fightet gerade gegen die Kotzis da oben. Die Kotzis schießen jetzt auf mich? Ich bin da nicht so 50 Meter vor uns ein, meinst du mal. Ah, am Fluss, ja. Der ist am Fluss quasi nach links von euch. Dann equippen wir uns mal. Wollen wir da Bock gemacht? Jo. Gerne, gerne wieder auch ein Trio, wenn ihr Bock habt. Ich wünsche dir was. Tschüss. Hi, ma. Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn jetzt geht's viel los. So, unsere Polonaise. Äh, weiß er, weiß ich nicht. Wo kommst du eigentlich weg? Ich komme weg aus Augsburg. Ja, im Schwabel-Länder. Ich muss nochmal zur Wasseraufbereitung Leute töten. Ich düse, 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 düse im Sause-Schritt. Und bring die Lieben mit von meinen Himmelsriff. Loot inside. Ah, hier brauchst du einen Schlüssel für. Okay. Metal, Leute. Metal. Okay, also die Loot-Crates sind, glaube ich, nicht immer da, wo sie sind quasi. Also hier war von der Kiste, die ist jetzt aber diesmal nicht da. Ich bin ein paar Kurschinski. Ja. Oh, ich werde beschossen. Du hast Schoss von hinten bekommen. Ich war aus Nordosten ungefähr. Ja, ich bin safe. Aber das war Bolt-Action. Ich sehe nicht. Zählt. Muss ich einfach nur drinstehen. Ah, da oben sitzt euch sehen. Da dran. Ich markiere nochmal, wo er war, damit man das ist. Ah, ist wieder doch. Das ist richtig nicht so. Ist tot, ist tot. So, wo musst du hin? Ich habe das leer und wir können weiter. Ja, wo muss ich hin? Keine Ahnung, wir müssen eigentlich nirgendswohin. So richtig zu mir. Ich muss doch nicht die Zecken jagen und die Pilze sammeln. Über die Schiene raus. Das du da lebst, finde ich gut. Das bin ich tatsächlich auch sehr heavy drüber. Über die Schiene, oder was? Also schrrrrrrrrr. Ja, ich bin eigentlich, am Prinzip bin ich auch über die Schiene, wa? Das ist richtig. Also das kann man unten lang, wenn du willst. Ich bin gelogen, oder so. Oh. Also es hört sich wirklich irgendwie, also es sieht irgendwie aus, als wäre es nah, aber das ist glaube ich gar nicht nah. Also unten am Strand, da wo der gelandet ist, wird auch geschossen. Schau da nochmal kurz hin. Ob ich hier was erhasche. spieler spieler von mir läuft zum baum jetzt quasi am hinteren baum ich verstehe bei den bäumen einer tod unter der brücke das waren wir alle kassiert aber ich ebenfalls hatte kurz ich flinke habe ich ihn gedroppt und ich habe zurück geschossen spring zecken ja ich muss noch irgendwelche granaten in den toten briefkasten legen oder so ja das habe ich auch noch nicht gecheckt wahrscheinlich muss die mit in den raid nehmen und dann in der mitte des camps ist so eine hohe schmale plattform direkt davor ist eine rechtwinklige wurzel weiß nicht rechtwinklige wurzeln was der schmale plattform das muss ja dann das ist ja nur ein dach ein bisschen lust gerade hier ist eine plattform oder ist das eine plattform also muss das hier sein von cycle wiki wo ist diese scheiß wurzel sind überall wurzeln darum geht es ja nicht aber diese eine wurzel die man braucht ich bin ja die ganze zeit hier rum was das hier auch keine vor der wurzel sind zwei große überseekontainer übereinander steht also im moment da fühlt man sich einfach dumm ja ist so ne und chat denkt sie so alle ist der dumm oder was das steht auch genau da ich könnte das nicht sehen mal ja hast du nö das ist ja schon sumpfkampf wurzel das heißt wir trinken jetzt pcs und nehmen die die granaten ab und dann kommen wir zurück sturm zieht auf evakuierung in fünf minuten unmöglich dass wir noch vom blitz getroffen werden wie das ja vorne ist eine grüne schulter schütze drin in dem linie schulter schutz bring mir mein schiff ich bin bist du spaceman bring mir mein schiff kann ich ja ja ich komme weiß ich wie viele sekunden sind dass man das steht zehn vielleicht gg evakuierung abgeschlossen ob da die survival rate nach oben gedrückt das ist alles was ich habe zwei leute getötet das stimmt den sniper feuer noch so wollen wir jetzt die granaten ablegen dann kaufe ich mir drei granaten ja gerne bei mir stehst du hier einfach war schön warum und da was ich spritze von hinten double spritzer im mund kriegen die richtig viel schaden die spritzer jetzt müssen wir noch ohne spiele spiele ist tot oh alter der ist mir komplett entgegen geflogen der hatte eine granate geil direkt wieder zurückbekommen das ist ja geil was es so gibt so der balken ist wieder voll aber mal gucken ja und dann brauche ich nur noch einen pilz oder vor uns äh liegt weg gut ist schon expected hätte gerne einen pilz aber nicht zwischen den beiden die frage die ich jetzt habe ganz blöd gesagt wie komme ich darauf ich habe den extra schon gerufen du musst runter tausendmal man ist nichts passiert tausend und eine nacht bam 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 und es hat zoom gemacht wann wann mal schlager du wir beide ja gerne so bierkönig anrufen auf die bocke ach easy machen richtig fett cash damit und dann alles alles am gleichen abend versaufen das schaffst du ja auf malle glaube ich nicht da musst du schon ich war einmal war ich im bierkönig das war auch so ein abend den habe ich jetzt mal erlebt das reicht mir auch das war auch so ein bierkönig anrufen 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 das war auch so ein bierkönig anrufen